Moins Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die um 2.05 Uhr. So, warum nämlich um 2.05 Uhr schon eine Folge auf? Ganz einfach, wir sind jetzt mittlerweile in der Alpha 19.5. Die gab es ja vorher schon als Experimental, jetzt ist sie als Stable raus, als stabile Version. Also für alle im Prinzip normal zugänglich. Naja, im Prinzip kann das ja jeder spielen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Es ist eben halt nicht mehr in der Testphase, es ist jetzt fester Verstandteil. Und was das hat sich in der 19.5 Uhr getan, wir haben jetzt zumindest eine der größeren Punkte, ist die Twitch-Integration. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr online spielt, können andere Zuschauer Punkte sammeln, während ihr spielt. Und ihr könnt anhand dieser Punkte dann letztendlich Zombies spawnen. Ihr könnt bestimmte Buffs oder Debuffs, könnt ihr spawnen. Oder ihr könnt halt ins Spiel eingreifen als Zuschauer. Das ist an sich ganz lustig. Und ja, deswegen habe ich mich auch entschieden. Ich wollte das ja eigentlich so machen, dass ich nach diesem Let's Play hier, bei der 55er Horde, dass ich da das Let's Play beende, ein neues Let's Play starte, ein Live-Let's Play starte und dann eben mit der Twitch-Integration. Ich dachte mir aber, macht eigentlich keinen Sinn. Lass uns doch lieber hier diesen bestehenden Spielstand nutzen, das in ein Live-Let's Play umwandeln. Das heißt, ihr werdet zukünftig schon vorab schon sehen können, was passiert. Dafür könnt ihr aber auch schon die Twitch-Integration nutzen und hier mitzocken. Hat für euch den Vorteil, dass ich schon einen höheren Game-Stage habe und ihr schon mehr Befehle ausführen könnt, als wenn ich jetzt bei 0 anfangen würde. Weil wenn ich bei 0 anfange, dann habt ihr vielleicht 2, 3 Befehle, die ihr ausführen könnt. Vielleicht einen ganz normalen Zombie, den ihr vielleicht auslösen könnt. Und dann war es das. Aber beim höheren Game-Stage habt ihr auch mehr Möglichkeiten. So, was ist diese Twitch-Integration überhaupt? Ich mache nur ganz kurze Einführung. Es gibt nachher auch noch ein richtiges Tutorial-Video, was nach oben in dem Tutorial-Ordner auf YouTube zu finden ist. Deswegen werde ich mich versuchen, kurz zu halten. Und dann um 4 Uhr werden wir dann halt direkt starten. Ich wollte mir ja mal eine große Location geben. Ja, mal ganz kurz erklärt. Wo findet ihr diese Twitch-Integration, wenn ihr es denn spielen wollt? Das finden wir hier unter Optionen. Und dann haben wir hier Twitch. Da habt ihr das alles momentan noch auf Englisch. Und das Schöne ist dabei eben halt, dass es auch noch Game-Stage geht. Das heißt, wenn ihr wirklich bei 0 anfangt, dann müsst ihr keine Sorgen haben, dass jetzt die Leute, die euch zuschauen und dann eben halt Twitch-Integration nutzen wollen, dass die plötzlich irgendwelche Bären spawnen oder irgendwelche ganz fiesen Zombies spawnen, wenn ihr am Anfang noch nicht so viele Skills habt oder eben halt noch nicht so viel Schlagkraft habt. Das wird nicht passieren. So, könnt ihr es eben halt aktivieren. Hier waren wir gerade bei den Optionen und dann halt unter Twitch-Settings. Hier müsst ihr euch einmal einloggen. Und hier könnt ihr aber dann auch schon einstellen, was ihr einschalten wollt und könnt. Ihr könnt alles sowieso an sich regeln. Hier steht ja zum Beispiel Actions. Hier kann man halt Actions erlauben oder ausschalten. Hier kann man halt Vision-Effekte, also die optischen Effekte, kann man hier ein- oder ausschalten. Ich werde mich einmal ganz kurz einloggen und dann zeige ich euch das nochmal, wie das funktioniert. So, und da habe ich mich auch schon angemeldet. Connected-Nodish-D, ne? Also ihr werdet, ihr öffnet sich ein Browser-Fenz, ihr müsst eure Verbindungsdaten alles eingeben, ne? Das heißt Passwort und, 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 Kennnamen, äh, Kennnamen sei schon, ähm, Nicknamen. Und dann könnt ihr euch nochmal anmelden. Manchmal ist es ein bisschen tricky, manchmal müsst ihr es auch ein zweites Mal machen. Funktioniert nicht so ganz, wie dem auch sei. Alles ist im Prinzip hier beschrieben, bla, bla, bla. Na, 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 also hier die Vision-Effekte sind hier aktiviert. Hier kann man zum Beispiel noch Kleinigkeiten einstellen, wie viele Punkte, ähm, man bekommt innerhalb einer bestimmten Zeit. Das heißt, alle 10, 10 Sekunden bekommt man hier, hier steht es ja zum Beispiel, Standard ist ein Punkt, alle 10 Sekunden, äh, doppelte Punktzahl oder doppelte Punkte bekommt ihr, also zwei Punkte, äh, wenn wir auf Double stellen würden, zwei Punkte pro 10 Sekunden, Triple, drei Punkte pro 10 Sekunden, steht alles da, alles selbst erklärend. Und so weiter und so fort. werde ich jetzt erstmal einfach alles erstmal so im Standard lassen. So. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Wir haben hier vorne rechts eben dieses Fenster, ne, ich gehe nochmal ganz kurz da vorne hin, Cooldown, hier haben wir, da habe ich jetzt noch die Möglichkeit, ein paar Sachen einzustellen. Ähm, null Punkte, das ist eben halt der Pot. Der Pot bedeutet, man kann zwischendurch Punkte sammeln. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Zombie spawnst und ich würde den Zombie zum Beispiel jetzt, ähm, da würde mir jetzt Schaden hinzufügen, da kann man zum Beispiel Punkte sammeln. Na, also wenn ich jetzt Schaden nehme, werden Punkte gesammelt oder wenn, wenn ich einen Zombie töte, werden Punkte gesammelt. Es gibt nachher insgesamt einen Pot. Und wenn ich nachher durch einen Zombie sterbe, den du jetzt ausgelöst hast, dann bekommst du diesen Pot. Und sagen wir mal, du hast 200 Punkte auf dem Konto, ist dann 500 im Jackpot quasi drin, dann bekommst du die 500 oben drauf, hast dann also 700 Punkte. Könntest also dadurch, wenn es dir gelingt, mich durch einen deiner Befehle zu töten, dann bekommst du halt diesen Jackpot und kannst dann nachher wieder neue Sachen, noch mehr Sachen auslösen. So, ich kann das Ganze natürlich auch pausieren und kann sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock gerade. Ich pausiere das Ganze. Ich kann natürlich noch hier Sachen einstellen. Ähm, hier sind im Prinzip die ganzen Befehle. Das funktioniert also folgendermaßen. Du bist bei mir im Chat und dann kannst du hier mit Hashtag und dem Befehl dahinter, also Hashtag Supply-Ammo, kannst du Ammo-Crate-2 spawnen. Das ist dann eben halt eine, eine, ähm, eine Munitionskiste 2. Na, was da drin ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Obwohl, hier steht es ja. Sponsor Single Ammo-Crate-2. Ja, okay. So, dann gibt es natürlich dann auch bestimmte, ähm, ähm, bestimmte, na, sag schon, ähm, Voraussetzungen. Hier, also für diese Ammo-Crate-2 müsste ich eine Game-State schon sehen haben. Pulldown zwei Minuten, das heißt, für zwei Minuten wäre das dann ausgegraut. Das ist dann halt so, ähm, das sieht man vielleicht gleich nicht. Ich lasse das auch nochmal an, für diese Folge zumindest, damit ihr mal seht, wie sich das halt bewegt. Ähm, das wird auch angezeigt hier an der Seite. Na, also ich kann das natürlich nicht die ganze, ihr müsst euch das nicht merken, sondern ihr bekommt an der Seite angezeigt, was für Befehle ihr zur Verfügung stehen habt. Und das sind immer die Befehle, die dann auch freigeschaltet sind. Also es werden nicht pauschal immer alle angezeigt, sondern wenn ich Game-Stage 10 bin, dann zeigt er euch eben halt alle Befehle an, die halt in der Game-Stage, oder bis Game-Stage 10 verfügbar ist. Dann haben wir einen Pulldown von zwei Minuten. Ist positiv ja, das heißt, alles was blau ist, ist für mich positiv. Alles was rot ist, ist für mich negativ. Point-Cost sind 100 Punkte, das heißt, ihr müsst 100 Punkte gesammelt haben, um halt diesen Befehl auslösen zu können. Random Daily, Special Only, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wofür das steht. Müsste ich mich nochmal mit beschäftigen. Und auch hier stehen natürlich dann nochmal, stehen natürlich auch nochmal Tipps, wie ihr dann irgendwelche Punkte nachher, ähm, bekommen könnt, und so weiter und so. So, dann haben wir hier insgesamt Actions, das ist der ganze Kram. Dann haben wir zum Beispiel die Spawns, ihr könnt also zum Beispiel Bären spawnen, eine Big Mama könnt ihr spawnen, ein Biker-Zombie könnt ihr spawnen, eine Boa, äh, Boa, also hier so ein Wildschwein, Polizei-Zombie, einen Kojoten könnt ihr spawnen, so ein Kriecher-Zombie, eine Moulition-Zombie, und so weiter und so fort. Dann Supplies, das ist alles positiv, ne, ihr könnt also, ähm, Munitionskisten könnt ihr spawnen, ihr könnt was mit, mit Rüstung spawnen, eigentlich, eine Kiste mit, mit Büchern und so weiter und so fort. Dann gibt's positive Buffs, Boost-Melee-Buff, das heißt, da könnt ihr meinen, mein Messer-Angriff könnt ihr damit zum Beispiel stärken, dann gibt's natürlich dann auch Debuffs, ähm, was ihr entsprechend entgegensetzen könnt, hört, Debuff, weiß ich gar nicht, was der macht, Cancels, Re-Engine, Enable, und Target, das heißt, hier könnt ihr dann, ähm, den Befehl raushauen, dass ich halt nicht regeneriere, zum Beispiel solche Geschichten, und so weiter und so fort. Da kann man im Detail mal durchgehen. Dann gibt's ja noch die Specials, Specials ist, glaube ich, wenn ihr, ich weiß nicht, ob das hier mit 2 steht, ich glaube, wenn ihr, ähm, das ist auch schon Bits, cheert, ne, also wenn ihr, wenn ihr Bits spendet, dann kriegt ihr das, glaube ich, das ist, das war, glaube ich, bei Bits. Und das ist natürlich auch so, genauso wie das auch manchmal bei den Punkten ist, beim, beim Bot, äh, Subscribers bekommen eben halt 2 Punkte statt 1 Punkt alle 10 Sekunden, je nachdem, wie ich's halt eingestellt hab. Was ich auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sag so Degrade, das möchte ich halt nicht drin haben, weil mir das Spiel wirklich kaputt macht und vermisst, kann ich auch sagen Disable, dann kann ich's halt auch komplett wegschalten, also ihr könnt auch wirklich einzelne Befehle komplett wegschalten, und, ähm, ja, das sind im Prinzip alle Befehle Action History, da kann ich zum Beispiel genau sehen, welcher Spieler oder welcher Teilnehmer, welche Aktion ausgelöst hat, und dann haben wir noch das Leaderboard, hier stehen nachher letztendlich alle Spieler drin, die halt, denen es halt gelungen ist, mich zu töten, und wie viele Kills sie gemacht haben, ne, das ist im Prinzip Leaderboard von euch, und dann eben halt Action History, da kann ich sehen, wer wann wie was ausgelöst hat. Spoil, zum Beispiel, können ab Game Stage 30 machen, ähm, spoils all food in the inventory of the target and the party, das heißt, so auf die Art und Weise, können die mir zum Beispiel das ganze Essen kaputt machen, es gibt da schon richtig fiese Sachen, ne, also muss ich sagen, also Spoil ist schon echt, ist schon echt krass, aber ich überlege gerade, Spoil ist sogar, Spoil ist glaube ich Special, ne, das heißt, ihr müsstet im Prinzip, um das auslösen zu können, braucht ihr eben halt Special Points, deswegen ist es glaube ich auch Special Only, dafür steht das glaube ich auch, Special Only steht nämlich dafür, äh, für Special Punkte, und diese Special Punkte bekommt ihr glaube ich, wenn ihr, ähm, immer halt Bits gespendet habt, also das kostet tatsächlich echtes Geld, wenn man so will, so jetzt seht ihr das eigentlich, das ist der Cooldown, ist jetzt, ähm, gerade zu sehen, wir haben es auch gleich 4 Uhr, wir starten auch gleich durch, bringt euch jetzt gerade jetzt nichts die Liste, weil ich ja offline aufnehme, da steht jetzt safe, das liegt einfach da dran, wir haben ja hier den, den Land Claim Block, und in diesem Bereich des Land Claim Blockes, könnt ihr eben halt keine Befehle ausführen, das heißt so wie jetzt, ich kann, wenn ich jetzt hier drin stehe, ihr könnt jetzt hier Supply Motorcycle, auch von der Punkte könntet ihr, nicht ausführen, weil ich eben halt direkt in dieser Safe Zone drin bin, seht ihr dann nachher, aber sobald ich diese Safe Zone verlasse, steht dann nachher auch Cooldown, oder irgendwie Ready steht da glaube ich, und dann, ähm, könnt ihr auf die Art und Weise, könnt ihr dann nachher die Punkte raushauen, und dann, ähm, seht ihr auch rechts immer noch eine Liste, von Sachen, die momentan möglich sind, ne, also Debuffs zum Beispiel, äh, Special ist jetzt gerade zu sehen, äh, Ragdoll, oder viel Ragdoll, Kaboom, Repair, Degrade, Enrage, Pull, weiß ich nicht was Pull ist, schubsen, weiß ich gar nicht, hier zum Beispiel Spawns, ne, ihr könnt zum Beispiel einen normalen Zombie spawnen, ihr könnt, kriegt ja einen Spider, einen Biker könnt ihr, einen Cop, Spawn Demo, weiß ich gar nicht was Demo ist, Snake, äh, also eine Schlange könnt ihr spawnen, hier könnt ihr noch einen Wolf spawnen, ihr könnt einen Bär spawnen, ihr könnt einen Feral Zombies spawnen, und so weiter, und so fort, also das, die Befehle, die da rechts stehen, die könnt ihr auch alle auslösen, deswegen, macht es Sinn, eben halt jetzt, eben heute, äh, dieses Let's Play, dieses Live Let's Play jetzt, nicht nochmal neu zu starten, weil sonst hättet ihr am Anfang vielleicht ein oder zwei Zombies, die auslösen könnt, und auf die Art und Weise, könnt ihr tatsächlich auch mal ein bisschen bessere Zombies auslösen, ich werde das aber trotzdem mal deaktivieren, damit eben die Liste wegkommt, weil, ich lasse es jetzt einfach erstmal drin, damit ihr es mal gesehen habt, und wir wollen ja nochmal los eiern, wir wollen ja uns ja noch einen Location gönnen, ne, ich muss mal eben kurz gucken, äh, M60, weiß gar nicht, ah, Level 2 nur, mja, ist natürlich kacke, Maschinengewehrteile müssen wir eigentlich genug haben, aber wir haben hier nur noch einen Zweier, das ist natürlich nie so geil, ähm, wie gesagt, ich würde eigentlich ganz gerne, mal so ein bisschen rumgucken, vielleicht mal so eine größere Location oder sowas mal fahren, auch wenn ich wahrscheinlich gleich noch, ja, warum ich auch jetzt gerade auf Schießen gedrückt habe, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe irgendwie aus Versehen gedrückt, ich weiß auch nicht warum, oh mein Gott, das fängt ja schon wieder gut an, so, ich muss jetzt mal noch was trinken, Entschuldigung, weil ich die ganze Zeit gequatscht habe, so, einmal, dann drücken wir uns hier gleich noch ein bisschen davon was rein, also ich finde, Twitch-Integration finde ich grundsätzlich sehr, sehr cool, was man vielleicht mal ein bisschen nachregeln müsste, was nachher vielleicht auch gerade in Bezug auf das Live-Let's-Play in Alpha 20 vielleicht, ähm, wichtig werden könnte, ähm, das sind nachher solche Geschichten, dass ich doch ein paar Befehle vielleicht rausnehmen werde, na, das, das muss man nachher mal gucken, ich weiß nicht, ob es da auch nochmal die Einstellung gab, jetzt, wie groß der Einflussbereich des, des, des Blockes, also des Landclaim-Blocks ist, es kann also sein, dass ich vielleicht nachher die, die Reichweite des Landclaim-Blockes, dass ich die ein bisschen vergrößere, damit die Safe auch ein bisschen größer ist, aber das müssen wir nachher mal gucken, das sind so Sachen, die kann man immer nochmal ausprobieren, und, ähm, ja, dann gehen wir doch schon mal, mal draußen ein bisschen gucken, wir müssen, okay, das sollte eigentlich gehen, das werden wir mal ein bisschen rumfahren, vielleicht mal das ein oder andere Häuschen looten, weil wir brauchen auch wieder ein bisschen, ein bisschen Messing, ich muss dann mal gucken, was ich noch an Munition da habe, gut, das heißt, wir werden jetzt ganz grob gesagt, jetzt eigentlich noch in der, äh, Alpha 19,5, werden wir noch ein bisschen rumtorkeln, solange es die 19,5 noch gibt, und solange eben noch nicht, die Alpha 20 kommt, aber sobald nachher die Alpha 20 so eine Experimental ist, oder, ja, sich schon stark ankündigt, werde ich nachher trotzdem das Let's Play gewinnen, also das Let's Play geht quasi jetzt mal weiter, wird halt nur umfunktioniert, in eine, äh, Live Let's Play, wollen wir das hier vorne gleich machen, waren wir da schon drin? Ich glaube, da waren wir sogar schon dran, ne? Ja, ja, ist auch drin, und, ähm, ich glaube, ich fahre mal einfach zu einer, zu einem anderen Ort, Stadt, äh, ein Wärme vielleicht mal zur Großen hier, oder zu der Großen, Waffenstückkiste, Händler 2, weißt du was, wir fahre mal hier hin, dann fuhre mal in die andere, andere Richtung, ähm, was ist denn das? Auf der anderen Seite muss es denn da sein, ne, und deswegen dachte ich mir, okay, dann, äh, du hast ja schon ein Safe Game, warum nutze ich das nicht hier, ist doch egal, ne? Deswegen fand ich das eigentlich so ganz, ganz praktisch, so haben wir dann beides so ein bisschen, wir haben eben halt ein aktuelles Let's Play, und das dann eben noch gekoppelt mit der Twitch-Integration, da kann man das so beides so ein bisschen nutzen. Das fände ich insgesamt noch ein bisschen, ein bisschen schlauer eigentlich. Dann starten wir in der Alpha 20, und sich dann sowieso mit dem Community-Part, mit dem Community-Let's Play, und, ja, da bin ich auch gespannt mit der Twitch-Integration, aber wie gesagt, da werde ich die Twitch-Integration so ein bisschen eindampfen, weil das könnte, wenn man wirklich das im vollen Spektrum nutzt, oder zur Verfügung stellt, kann ich da schon wirklich wahnsinnige Nachteile haben. Und dann muss man halt mal gucken, was man da rausnimmt, was man drin lässt. Müssen wir mal schauen. Das sind aber auch so Sachen, die werde ich nachher mal ausprobieren. jetzt hier mit dem Live-Let's Play. Auch wenn das jetzt gerade eine Offline-Folge ist, aber bevor es nachher gar keine Folgen gibt, werde ich wahrscheinlich erst am Freitag neue Folgen aufnehmen, entsprechend mit euch zusammen. und ich kann mir vorstellen, da wollen wir hier nochmal reingehen, oder? Das war, das war die Farmer hier, die Farmerindustrie. oder was ist das? Ne, hier steht Foods. Shamway Food, ja gut, aber ich glaube, Shamway Foods, das würde mich jetzt nicht so wirklich anrocken, also, ja, Sonst fahren wir hier jetzt mal ein bisschen lang, gucken mal, ob wir hier nochmal irgendwas auseinander nehmen wollen. Aber Shamway Foods, ja, haut mich jetzt nicht so, wir können ja sonst hier mal reingehen, Creamery. Waren wir hier schon mal drin? Komm mir irgendwie so bekannt vor hier. Huch, leckt das mal wie ein Schwein. Waren wir hier schon mal? Wir kommen erst so voll, als würden wir hier schon mal drin gewesen sein. Ich meine, wahrscheinlich waren wir hier schon dran. So. Müssen wir eigentlich gleich mal sehen, ob wir hier noch irgendwo Loot-Container finden. Ah, unberührt, ah. Wie gesagt, wir brauchen Messing. Dann ist auch noch was. Ne, unberührt, hier waren wir noch nicht dran. Na gut, dann nehmen wir das doch erstmal alles mit. Dann schauen wir uns doch hier erstmal um. Es war jetzt keine so übermäßig große Location, aber ich glaube, das geht. Oh, mal gleich was zerlegen. Oh, äh. Oh, das können wir uns natürlich mal dauernd. Bisschen leiser machen. Aber ihr könnt euch jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das halt findet. Mit der Twitch-Integration. Also, ob das noch beim Live-Let's-Play, ob ihr das nutzen wollen würdet, ob euch das gefällt, ob ihr das gerne haben würdet, wenn wir halt so eine Twitch-Integration mit nutzen. Oder ob das eher etwas ist, wo ihr sagt, ja, nee, Twitch-Integration nicht. Also Live-Let's-Play reicht schon. Da muss da nicht nur extra eine Twitch-Integration mit rein. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es zumindest ausprobieren. Eine Weile lang. Wenn es mir dann irgendwann so bunt werden sollte, kann ich sie aber noch deaktivieren. Weil das ist nämlich dann immer so der Nachteil. Jeder will natürlich dann da irgendwo, jeder möchte natürlich da irgendwo vielleicht mal einen Zombie reinhauen. Und dann kann das natürlich auch ganz schnell wow, 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 eskalieren. Und wenn dann nachher 50 Bären auf dich zu juckeln, also ich weiß nicht, ob ich das denn so geil finden werde. So. Ist da noch jemand? Der, 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 der. Wird er durch, oder? Kloppen uns hier vielleicht einfach mal durch. Wie fertig ist das? Fertig ist der. Ist der jetzt schon hier vorne irgendjemand oder nicht so? Ich glaube, der ist hier oben irgendwo, oder? Ja, ich habe die. Oh, hier haben wir uns mal gleich das Messing noch mit. Ups. Okay. Was haben wir hier schon? Die Reichweite von 9mm Waffen ist um 20% erhöht, wenn sie mit einem Zielfernrohr oder einer Visiereinrichtung ausgestattet sind. Ja, gut. Warum nicht? Da können wir gleich mal gucken. Ich möchte aber erst mal schauen, ob hier rechts noch irgendwas, äh, links noch irgendwas hier im Raum ist. Achso, da kommen wir auch da rein. Okay, alles klar. Fällt doch garantiert wieder alles zusammen, oder? Das war jetzt nicht, was wir hier drinnen unbedingt sollen. Ah. Ja, kann natürlich sein, dass wir uns da unten vielleicht mal durchbrudeln müssen. Ach, guck mal, da ist eine Tasche. Jetzt gibt es hier also doch noch was. Sechster Bogen. Kein Verkaufspreis. Aber immerhin Sechster Bogen. Der Loop wird besser. Naja, es geht so. Ja, äh, mal drücken, mal gucken. So. So, wollen wir erst nach oben, oder erst nach unten? Ich gehe mal erst nach oben, glaube ich. Oh, hier haben wir auch schon wieder Messing. Waschbecken. Waschbecken. Ein paar Gläser. Ah. Wollen mich alles nicht so aus den Socken. Oh, keine Geier. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Da ist ein Creasher. Zwei Creasher sogar. Übrigens ist es so, das fällt mir jetzt auch noch mal gerade so ein bei der Twitch-Indikation, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Gruppe zusammenspielt. Na, also ich würde jetzt zum Beispiel mit zwei, drei Leuten zusammenspielen, dann könnt ihr auch bestimmten Spielern Zombies auf den Hals setzen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ihr den Zombie oder je nachdem, was ihr spawnen wollt, grundsätzlich erstmal nur dem auf dem Hals hetzen könnt, der halt streamt. So. Sollte dieser Streamer aber mit anderen Leuten zusammenspielen, könnt ihr auch diesen Leuten Zombies oder irgendwelche Buffs auf dem Hals wünschen, sozusagen. Indem ihr nämlich einfach bei eurem Befehl eine Eins, eine Zwei, eine Drei dahinter setzt. Na, also zum Beispiel Hashtag Bär, was ja dann Bären spawnen würde. Ich glaube, das ist Hashtag Bär 1. Dann würde das zum ersten Spieler auf meiner Freundesliste setzen. Das heißt, wenn jetzt sagen wir mal, ich würde jetzt mit Morbus zusammenspielen, mit Cookie und mit, keine Ahnung, mit Maffi zum Beispiel. Und ihr würdet jetzt auf Eins wäre jetzt da Morbus und ihr würdet Eins wählen, Hashtag Bär 1, dann würde halt Morbus würde bei ihm direkt halt ein Bär spawnen. Das heißt, insofern ist das dann für den Streamer wieder ein bisschen negativ. Insofern muss man sich immer so ein bisschen drauf einlassen, wenn man mit einem Streamer zusammenspielt, dass man eben halt auch einen Besuch bekommen kann von irgendwelchen Tieren oder irgendwelchen Buffs oder keine Ahnung was. Das ist dann schon mal so ein bisschen kompliziert dann. Das kann man natürlich auch so machen. Finde ich an sich aber eine coole Idee. So. Das ist mal so ganz nebenbei. Das fällt mir nur mal gerade so ein. Achso, ja gut. Ich hätte mal durchgucken sollen. Da kommen wir gar nicht durch. Äh, nein, 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 nein. Alles weg, alles, alles weg, alles leer. Entriegelt. Ist hier noch wer. Okay. Ein Rukisaki. Ein Rukisaki. Ja, guck mal, Bandagen, die können wir gleich wegschmeißen, Bandagen. So, zerlegen, Blei zerlegen wir auch nochmal ausnahmsweise. Weil Blei ist eben eine Sache, die man immer nochmal äh, irgendwo farmen kann. Okay, da gucken wir gleich mal. Da kommen wir wahrscheinlich eher nur auf die nächste Etage. Achso, das ist die Tür hier. Alles klar. Oder, warte mal. Ne, doch, das ist die Tür, wo wir nicht hier gekommen sind. Das passt schon. Das passt schon. Dann müssen wir hier hoch. Oh, leckt aber gerade hart. Moin. Was ist denn hier schon wieder am... Nein. Wiederholen. Ne. Auch schön, dass hier ein Baum ist, man sich überhaupt nicht sieht, was man hier vor sich hat. Wenn du jetzt hier eine Batterie Zombies vor dir hast. Dann hast du echt Probleme. Geile Mütze. Nicht, nichts, nichts. Nicht, nichts, nichts. Kaffee Automat. Machen wir doch gerne einen Kaffee mit. So, lege ich mal durch. Und da mal. Auch nix. Ah, können wir da... Da können wir uns vielleicht noch hoch... Können wir vielleicht noch hochjumpen. Machen wir doch noch hochjumpen. Tja, Minion. Müssten wir eigentlich hinkommen, oder? Darüber? Frage ist, ob wir... Gute Nacht. So, kommen wir da denn rüber? Da kommen wir nur aufs Dach rauf. Hier sind wir aber schon ganz oben, ne? Ach so, das wird ja alles klar. Da werden wir jetzt so oder so hochgekommen. Alles klar, verstehe. Ach, weißt du was? Wir haben doch noch ein paar Blöcke dabei. Dann pflanzen wir die doch hier mal schön hin. Dann können wir schön rüber latschen. Tschup, 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 tschup. Vielleicht auch noch mal zur Sicherheit einen rein. Vielleicht mal hier eher so, damit wir die runterfallen. Pompoletta. So, hier müssten wir irgendwann ja auch mal... So. Noch mehr Vieches? Die Musik sagt ja. Aber ich sehe niemanden. Der, 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 der. Sind denn die Zombies? Die müssten ja noch Zombies sein. Oh, können wir ganz geil verkaufen, den Krams. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Sechser Stahlstiefel waren das gerade, ne? Das waren doch, glaube ich, gerade Sechser Stahlstiefel. Ah, guck mal. So soll das schon mal aussehen. Da werden wir Freunde mit. Äh, verändern. So, dann ziehen wir das mal. Hups. Ziehen wir das mal raus. Das ziehen wir mal raus. Äh, das verändern. Dann packen wir das mal rein. Und das mal rein. Dann können wir noch ein paar andere Sachen mal reinschmeißen. Abschließen. Und. Tragen. Siehst du, dann können wir den, nämlich den Kram, verkaufen. Das sind immerhin Stahlstiefel. Dreier. Aber über 700 Dollar. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Oder was heißt Dollar, aber. Je danse. So, da kriegen wir auch nochmal 312 für. Können wir reparieren. Das schmeißen wir weg. Steine. Da schmeißen wir auch mal weg. Äh. Äh, na gut. Das könnte man auch nur verwursten. Ja, okay. Den Werferteil. Dann nehmen wir es mal alles so mit. Ja gut. Ich glaube, das war es eigentlich auch hier schon. Zumindest bei den Sachen, wo ich jetzt sagen würde. Yo, das hat sich dann noch ein bisschen gelohnt. Achso, da ist sowieso Glas. Guck mal, da ist noch was oben drauf. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ja, okay. Äh. So. Gehen wir da runter. Gehen wir hier runter. Ist hier noch irgendwas? Hier wollen wir auch noch nicht, ne? Duh, 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 duh. Da waren wir aber schon auf der anderen Seite, oder? Könnten wir durch? Oder wir gehen hier raus? Ach nee, macht ja keinen Sinn. Da können wir mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Taschenlampe, ob es da noch Sinn macht, die Taschenlampe noch irgendwie einzusammeln. Ich scrappe die eigentlich mittlerweile nur noch, weil die Lampen brauchst du eigentlich nicht mehr. Vielleicht gibt es irgendwas mit. Jetzt habe ich natürlich gescrappt. Schade. Wollte sonst mal gucken im Menü, ob es da irgendwelche noch Rezepte für gibt, wo man tatsächlich eine Lampe noch für braucht. Aber ich glaube... Gut, es sei denn, du willst vielleicht, du hast vielleicht hier so ein Rezept für eine Helmlichtmod oder so. Da kann ich mir höchstens noch vorstellen, dass man dafür tatsächlich noch so ein Lämpchen braucht. Aber das weiß ich ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr. So, wo ist mein Biegel? Mein Biegel ist da hinten. Ja, war ganz okay. Ja, war ganz okay. Dann machen wir mal so eine mittlere kleine Location. Das Gelbe. Das Gelbe, da bin ich mir jetzt gerade mal gar nicht so sicher, ob das Gelbe... Das ist aber auch nicht Shamway Foods, ne? Shamway Foods müsste das sein. Können wir sonst noch mal gucken, was das da hinten für ein Gelbes ist. Geben wir auch noch mal Shamways. Also Fressläden gibt es ja ordentlich. Ah, Shotgun Messiah. Hm, ja gut, den können wir uns noch mal geben. Den können wir uns tatsächlich noch mal geben, aber nicht mehr heute. Sondern das machen wir beim nächsten Mal. So. Shotgun Messiah. Den können wir uns sonst beim nächsten Mal geben, würde ich mal sagen. Ja, oder nicht, oder doch. Ja, würde ich sagen. Gut, dann, gut, hier ist die Tür offen, aber wir waren hier definitiv noch nicht drin, oder? Naja, hier ist auch noch alles zu. Ne, ne, hier war ich noch nicht. Größere Locations habe ich bis jetzt auch noch gar nicht verwüstet. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Wahrscheinlich ist das dann schon die erste Folge von dem Live-Let's Play. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Wahrscheinlich komme ich sowieso nicht zu hoch, weil, wie gesagt, bei der Twitch-Integration, wenn die ganze Zeit Zombies gespawn werden oder irgendwelche Buffs, da werde ich wahrscheinlich noch mal ausmisten, wenn es näher richtig noch mal losgeht in der Alpha 20. Da wird es garantiert Befehle geben, die ich da noch mal rausnehme. Weil das sonst das Spiel so ein bisschen sehr verzerren würde. Ähm, nichtsdestotrotz. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder im Live-Let's Play. Macht ihr gut, bis dann. Bis dann! Bis dann! Bis dann! ARD Text im Auftrag des WDR